Ja, hallo, wir lösen eine weitere lineare Gleichung im Bereich der komplexen Zahlen, diesmal ein Beispiel mit Konjugation. Gut, gegeben ist diese Gleichung hier 5 minus 10i, i ist die imaginäre Einheit, das ist gleich z mal z quer, z quer ist z konjugiert, plus 5 mal z minus z quer, z quer ist wieder z konjugiert. Gut, gesucht ist natürlich z hier oben, i kann ja nicht gesucht sein, i ist wie gesagt keine Variable, sondern die imaginäre Einheit, z ist gesucht und z habe die Darstellung x plus iy, das heißt der Realteil von z habe ich festgelegt, heißt x und der Imaginärteil heißt y. Ja, hier vorne habe ich drei Formeln hingeschrieben, das sind Formeln, die haben wir schon kennengelernt und die werden wir benötigen, um diese Gleichung hier zu lösen. Gut, dann legen wir mal los. Zunächst einmal schreibe ich hier die linke Seite nochmal ab, denn da machen wir zunächst einmal nichts mit, also 5 minus 10i nochmal hinschreiben. Dann kommen wir zur rechten Seite, da wende ich zunächst einmal Formel 1 an, z mal z konjugiert, z mal z konjugiert ist gleich Betrag von z zum Quadrat. So, dann kommt 5 mal plus 5 mal z minus z quer, z minus z quer, das sagt mir die Formel 2, ist gleich 2 mal i, 2 mal i mal den Imaginärteil von z. Und der Imaginärteil von z, das kann ich hier nachgucken, das ist z, den Imaginärteil, den hatten wir y genannt. Also 2 mal i mal y. Ja, kommen wir zur nächsten Zeile. Zunächst einmal schreibe ich die linke Seite wieder ab, also 5 minus 10i, denn da mache ich zunächst mal nichts mit. Dann kommt hier Betrag von z zum Quadrat. Ja, für Betrag von z, da haben wir eine Formel und die lautet Wurzel aus x² plus y². x und y sind hier Real- und Imaginärteil, kann man hier nachgucken. Gut, dann schreibe ich also statt Betrag z die Wurzel dahin. Wurzel aus x² plus y². So, und jetzt ist da noch ein Quadratzeichen, das dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt haben wir hier 5 mal 2, das ist 10, das kann ich vereinfachen, i mal y, i mal y. Okay, so, hier, jetzt gucken wir uns mal diesen Term an. Da wird hier erst die Wurzel gezogen und dann wird quadriert. Und weil die beiden Umkehrfunktionen zueinander sind, die Wurzelfunktionen und die Quadratfunktionen, heben die sich natürlich auf. Also kann ich das Wurzelzeichen da weg machen. So, jetzt habe ich alle Unbekannten auf der rechten Seite und alle Bekanntenwerte auf der linken Seite. Ich erkläre es mal eben. Also gesucht ist ja hier z. Das heißt, Realteil und Imaginärteil x und y sind gesucht. Und alle Terme mit x und y stehen auf der rechten Seite. Also alle unbekannten Terme. Und alle Terme ohne x und ohne y stehen auf der linken Seite. Also, wenn man so weit ist, dann hat die Gleichung die richtige Form, dass man zum nächsten Schritt übergehen kann. Und das ist der sogenannte Koeffizientenvergleich. Ja, beim Koeffizientenvergleich bestimme ich Real- und Imaginärteil auf der linken Seite und dann Real- und Imaginärteil auf der rechten Seite. Also, auf der linken Seite ist das ganz leicht. Die 5 ist natürlich hier der Realteil und die minus 10 ist der Imaginärteil. Auf der rechten Seite ist das hier der Realteil, weil hier kommt kein i drin vor. Und der Faktor vor dem i, also da muss ich erstmal hier eine kleine Änderung machen, sehe ich gerade. Ich habe hier geschrieben i mal y. Es ist hier für unsere Aufgabe besser, ich schreibe das umgekehrt, y mal i. Also nur die Reihenfolge vertauschen. y, i, nur umdrehen. So, und jetzt kann ich hier nämlich besser meine Klammer machen. Das ist der Imaginärteil, der Teil, der vor dem i steht. Hier und hier, da habe ich kein i drin, also ist das der Realteil. Der Realteil der rechten Seite. Also es geht nicht um Real- und Imaginärteil hier der gesuchten Zahl z, sondern Real- und Imaginärteil der linken Seite und Real- und Imaginärteil der rechten Seite wird gekennzeichnet. So, jetzt steht hier ja ein Gleichheitszeichen und wir haben ja gelernt, wann zwei komplexe Zahlen gleich sind. Die sind genau dann gleich, wenn die Realteile und die Imaginärteile jeweils übereinstimmen. Also das muss gleich dem sein und das muss gleich dem sein. Und das schreibe ich dann also auch auf. Ich schreibe also auf hier 5. Muss das gleiche sein wie x² plus y². x² plus y². So, ich habe die Gleichung mal nach unten geschrieben. Ich erkläre gleich warum. Als nächstes setze ich die Imaginärteile gleich. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Das Minus gehört noch mit dazu. Minus 10. Minus 10 ist das gleiche wie 10y. 10y. Das i natürlich nicht mit dabei schreiben. Das i gehört ja nicht zum Imaginärteil dazu, sondern nur was vor dem i steht. Das ist der Imaginärteil. Gut, jetzt werden wir hier dieses Gleichungssystem lösen. Und zwar mithilfe der Einsatzmethode. Die Einsatzmethode kennt ihr schon von linearen Gleichungssystemen. Das ist zwar kein lineares Gleichungssystem. Hier treten ja Potenzen der Variable auf. Aber man kann auch hier das Einsatzverfahren verwenden. Ich fange am besten oben an. Deshalb habe ich auch diese Gleichung hier nach oben geschrieben, weil ich oben nur eine Variable habe. Hier kann ich ja noch nichts ausrechnen. Gut, könnte ich auch. Aber einfacher ist es, ich fange mit der Gleichung an, die nur eine Variable enthält. Und diese Gleichung löse ich eben, indem ich beide Seiten der Gleichung durch 10 dividiere. also in der oberen Gleichung. Dann erhalte ich y gleich minus 1. So, die untere Gleichung bleibt erstmal gleich. Oder ich kann es ja auch direkt einsetzen. Hier y gleich minus 1. Kann ich ja hier direkt einsetzen, ist vielleicht besser. Dann habe ich also hier, ich fange mal auf der rechten Seite an, dann habe ich also x² plus y², also minus 1² ist das. Das gibt 1. Und das Ganze ist gleich 5. So, jetzt muss ich nur noch hier die 1 auf die andere Seite bringen. Dann erhalte ich also, die obere Gleichung bleibt gleich. Und die untere Gleichung wird so x² gleich 4. Gut, ich denke mal, die untere Gleichung kann man im Kopf lösen. Die Lösung ist x1 gleich 2 und x2 gleich minus 2. Ja, und damit kann ich dann auch schon die Lösung angeben. Ich habe einmal die Lösung z1. Ich habe zwei Lösungen. Die hat den Realteil, gucke ich mal nach, 2. Der Realteil ist 2. Und der Imaginärteil, also das, was vor dem i steht, das ist hier minus 1. Minus 1. Wobei minus 1 mal i, da kann ich einfach minus i schreiben. So, und dann habe ich noch eine zweite Lösung. Z2. Das ist wieder Realteil. Da habe ich jetzt minus 2. Und dann habe ich hier mein i und der Imaginärteil. y ist wieder minus 1. Minus 1. Und hier gilt wieder, minus 1 mal i ist einfach minus i. Ja, und das sind dann auch hier meine Lösungen. Ich schreibe es mal dran. Das sind die Lösungen dieser Gleichung hier oben. Einmal erhalte ich als Lösung z1 gleich 2 minus i und z2 gleich minus 2 minus i. Ja, weitere Beispiele findet ihr in meinem Lehrbuch der komplexen Zahlen. Und im nächsten Video machen wir weiter mit quadratischen Gleichungen, auch wieder hier mit Konjugationen. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Ich verabschiede mich.